Ho 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 ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Auf der Suche nach den coolsten, feststen, außergewöhnlichsten Adventskalendern bin ich tatsächlich auf diesen hier gestoßen. Und zwar ist das der von Basler Beauty und ich bin wirklich sehr sehr gespannt was sich darin verbirgt. Also wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen die 24 Boxen zu öffnen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Dann lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und es gibt auch noch eine kleine aber feine Verlosung. Naja, was heißt kleine aber feine? Das ist eine Box prei gefüllt mit wunderschönen Dingen, die ich dir jetzt mal hier in die Kamera halte. Und Mensch, dafür steckt sich ja auch noch die Mascara Oriental Sunset. Die habe ich ja auch noch mit drin. Also diese Box kann auf jeden Fall gewonnen werden in diesem Video. Und vielleicht wandert noch das ein oder andere Produkt aus dem Adventskalender in die Verlosung. Aber das wissen wir noch nicht, weil wir noch nicht wissen was drin ist. Natürlich werde ich dir auch wie immer die ganzen Preise entsprechend einblenden, beziehungsweise den Wert der Produkte, den ich dann entsprechend runterrechne. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt finde, wo die kleinste Größe im Onlineshop 50ml beträgt, nehme ich das und rechne dann mit dem Dreisatz entsprechend auf zum Beispiel 20ml runter. Da ich das bei allen Adventskalendern so mache und auch bei den Boxen, ist das eigentlich die faireste Variante und deswegen mache ich das auch so. Genau. Und in dieser Reihe kannst du natürlich viel Inspiration sammeln und den für dich perfekten Adventskalender finden. So, jetzt schauen wir mal. Ich kannte diesen Shop ehrlich gesagt auch noch gar nicht. Das ist sehr, sehr interessant für mich. Basler Beauty sagte mir überhaupt nichts und dann wurde mir die halt vorgeschlagen, als ich bei Google Suche Adventskalender 2019 gesucht habe oder Beauty Adventskalender. Und ja, ne, wirkt sehr, sehr hochwertig, sehr angenehm. Das rosa und so, das sieht jetzt null weihnachtlich aus, ne. Beautiful Christmas ist das Motto. Ja, ist ganz nice und ich bin wirklich gespannt, was drin ist. Es ist halt wiederverwendbar, das finde ich toll, den werde ich auch wiederverwenden. Alle Kalender, die ich hier zeige, werden in irgendeiner Art und Weise wiederverwendet werden. Und also alle Boxenkalender, die anderen, die Kläppchen-Adventskalender kann ich leider nicht weiterverwenden. Was rede ich hier? Wir machen einen aus. Außerdem positiv anzumerken, du hast hier richtig Etagen drin. Das heißt, die Boxen knallen dir nicht komplett runter, wenn du eine rausziehst. Sehr gut. Und hier haben wir die Nummer 1. Fängt schon mal gut an, ne. Von Lancaster, Total Age Correction, Ultimate Retinol in Oil & Glow Amplifier. Da sind 10ml drin. Äh, sowas ist teuer. Mega. Morgens und oder abends alleine oder unter ihrer Creme auftragen. Also quasi wie ein Serum zu verwenden und das finde ich echt schick. Das ist wirklich toll, ne. Hat einen Pumpspender. Kannst dich nicht beschweren. Das ist schon mal ein schöner Start in die Adventszeit. Ich bin echt gespannt, ob wir hier nur Pflege drin haben oder auch dekorative Kosmetik. Mal schauen, was die Nummer 2 uns sagt. Die Nummer 2 sagt uns, hallo, ich bin ein Parfüm. Elizabeth Arden White Tea. Diesen Flakon hatte ich tatsächlich schon in einer anderen, in einem anderen Adventskalender drin. 10ml sind enthalten und Leute, das riecht unfassbar toll. Das kann ich euch nur empfehlen. Ein richtig, richtig toller Duft. Sehr angenehm, sehr sanft. Man kann ihn super im Büro tragen und halt also im Alltag und ist dadurch nicht aufdringlich. Ganz, ganz klasse. Die Nummer 3. Das ist ganz schön schwer. Und es ist... Okay. Von Dr. Niedermeier. Natural Luxury Regulat Pro Hyaluron. Das ist Anti-Aging zum Trinken. Deswegen habe ich schon getestet, habe ich nicht so gerne gemocht. Also sowohl vom Geschmack her hat es mir nicht so gefallen, als auch ich verwende sowas einfach nicht. Deswegen kommt das definitiv jetzt auch mit in die Verlosung rein, weil ich das nicht verwenden werde. Die Nummer 4 ist hier und sie ist schön lang. Mal gucken, was drin ist. Oh, Jill Sunder Sunlight. Eine Luminous Body Cream. Da sind drin 30ml. Das ist schön. Das ist eine Body Lotion, die quasi auch ein bisschen Schimmer gibt. Riecht sehr, 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 sehr angenehm. Doch. Ich gucke mal, ob ich die mag. Wenn es halt wirklich nur so einen Schein gibt, ist es was anderes, als wenn die jetzt glitzert oder so. Glitzer mag ich nicht so gerne auf dem Körper. Schein mag ich gerne. Ich mag zum Beispiel auch so mal hier oben Highlighter, so auf der Schulter oder an den Schüsselbeinen oder so. Das mag ich ganz gerne. Die Nummer 5. Da haben wir hier den Tag vor Nikolaus. Da bin ich gespannt. Und wieder eine Pflege. Und zwar von Declari. Hydro Balance Oceans Best Hyaluron Triple Booster Glättendes 24 Stunden Feuchtigkeitsserum. 15ml sind hier enthalten. Okay. Kenne ich überhaupt nicht die Marke. Sagt mir nichts. Und das ist halt einfach ein Serum. Ein ganz normales Serum. Kommt hier mit so einem schönen, schmalen, langen Applikator daher. Riecht sehr angenehm. Sehr dezent, leicht. Hat aber auch so ein bisschen was Blumiges mit dabei. Also richtig schön. Da freue ich mich drauf. Die Nummer 6 haben wir hier. Okay. Ja. Wow. Süß. Alcina Luxuspflege für Winterhaar. Kaschmir Spülung. Vielen Dank. Okay. 15ml sind die hier enthalten. Und ja. Das soll dann die Haare toll machen. Soll Glanz geben. Schmeichelt im Haar. Verwöhnt. Geschmeidigkeit. Okay. Riecht irgendwie gut. Hat aber irgendwie so irgendeinen Unterton, den ich nicht einordnen kann und den ich nicht so gerne gerade mag. Wird aber getestet. Doch. Das ist echt eine sehr kleine Geschichte hier. Gut. Ich habe ja auch extrem lange Haare. Die gehen ja fast bis zum Hintern. Es ist aber tatsächlich keine tolle Nummer 6, finde ich. Die Nummer 7 ist wieder so schön groß. Große Produkte sind doch immer nett. Osis Plus. Das ist von Schwarzkopf ein Volumizing Gel. Das hatte ich auch in einem anderen Adventskalender drin. Das heißt, das hier darf jetzt definitiv auch in die Verlosung wieder mit rein. Ja. Das soll dir halt entsprechend Volumen in die Haare geben. Und das ist ein Strong Control 50ml Haargel. Ja. Das scheint wirklich ein kompletter Pflege-Adventskalender zu sein, oder? Finden wir noch dekorative Kosmetik. Wir haben ja noch ein paar. Wow. Die 8 ist ganz schön groß. Okay. Aber das Produkt passt drin. Das ist jetzt nicht so groß von Schwarzkopf BC Bonacure pH 4,5 Color Freeze Rich Enmicellenshampoo. Okay. Ja. Für überstrapaziertes, koloriertes Haar. 50ml sind enthalten. Und das soll dann quasi die Haare wieder beruhigen, wenn du die halt zu krass gefärbt hast. Ich färbe meine Haare nicht. Ähm, ja. Aber vielleicht, nein. Kommt in die Verlosung auf jeden Fall mit rein. Ich denke immer so, ja, vielleicht ist es dann doch auch ganz gut, weil, ne, meine Haare sind halt auch sehr trocken und so. Und dann nehme ich auch gerne mal ein Produkt für kolorierte Haare, weil das dann halt ordentlich Feuchtigkeit spendet. Aber, ne, da habe ich jetzt einige auch aus anderen Adventskalendern und Boxen, die ich dann verwende. Oh, das riecht aber ganz klasse. Das gefällt mir. Kommt jetzt aber zu dir in die Box. Mensch, schon, das dritte Produkt. Die Nummer 9. Es rappelt im Karton. Und wir haben drin Basler Premium. Oh, das ist eine Eigenmarke von denen. Hydro Moisture Conditioner. Sehr schön. Das ist wieder eine Haarspülung. Vegan, silikonfrei und parabenfrei. Das ist ja cool. 30ml sind in dieser Tube enthalten. Feuchtigkeitsspendender Conditioner mit dem Extrakt der Mikroalge. Chlorella Vulgaris, wertvollen Mineralien aus dem Meer und Oligosaccharid, ja, Algin. Nach jeder Haarwäsche anwenden, im feuchten Haar verteilen und drei bis fünf Minuten einwirken lassen. Okay, also das ist halt nicht so ein klassischer Conditioner, sondern auch wirklich ein Conditioner, der ein bisschen wie eine Maske ist. Das ist cool. Das gefällt mir. Aber es ist noch zu, da ist eine Folie drauf. Und ich rieche nichts durch. Aber gut. Wird verwendet, wird getestet, wird reviewt. Die Nummer 10. Wir werden jetzt schon zweistellig. Charlotte Menzen, Naturpur Balance, Tagespflege. Ach, schön. Das ist eine Tagescreme mit 20ml. Und die soll die Haut ausgleichen. Okay, warum? Weil man vielleicht unausgeglichene Haut hat. Man weiß es nicht. Genau. Ja, ist auch noch zu. Da rieche ich auch so nichts durch. Ja, das hört sich doch gut an. Naturpur. Ja. Oh, hier sind auch so Blätter drauf. Das sieht man, glaube ich, auch nicht wirklich, weil man das auch selbst hier so im, äh, normal so im Licht nur sieht, wenn man ganz genau hinguckt. Okay, okay, okay. Ich habe auch meine Brille nicht auf. Aber, ne? Genau. Die Nummer 11. Da haben wir wieder, oh schön, eine Body Lotion, die halt passend zu einem Parfüm ist. Und zwar von Chloe, das, oder von Nomad, das Chloe. Ich weiß gar nicht, was davon die Marke ist. Ich kenne es nicht. Eine Perfume Body Lotion, da sind 30 Milliliter drin. Und das ist eine Körperlotion. Genau. Chloe ist die Marke. Und Nomad, Nomad ist dann quasi die, äh, das Parfüm dazu, also die Reihe. Das riecht schön angenehm. Das riecht nach frisch gewaschener Wäsche. Dann schauen wir mal, was die Halbzeit zu bieten hat. Hm, hm, hm. Das ist ja auch immer ein, für mich, äh, wichtiges Kleppchen. Shiseido. Ja, schön. Ähm, eine Antifaltencreme, die auch bereichern soll. Renoyneuratechnologie. Fünf Milliliter sind hier drin. Reichhaltige 24 Stundencreme mit Antifaltenwirkung. Okay. Das ist süß, ne? Ja. Das ist echt süß. Aber, nur gut zum Testen. Weil, da kannst du auch mal so eine höherpreisigere Marke dir anschauen, ob dir sowas gefällt. Und, wenn es gefällt, kann man sich die dann gegebenenfalls holen. Aber, ne, mit sowas, da kannst du ein paar Tage auf jeden Fall mal rumspielen und gucken, ob es funktioniert. Und, ja, hast da nicht den ganzen großen Creme Pot gekauft. Natürlich, solche Proben kriegst du dann auch manchmal dazu. Aber, nicht immer. Sag ich mal so. Nicht immer genau die Proben, die du gerade haben möchtest. So. Deswegen. Finde ich nicht schlimm, dass es auch ein bisschen kleiner ist. Ist ganz niedlich. Ist okay. Die 13 Paul Mitchell Freeze and Shine Super Spray. Ein Finishing Spray mit 50ml. Okay. Das musst du dann über dein Styling drüber machen, damit alles Halt und Glanz bekommt. Garantie nur beim Kauf innerhalb der professionellen Friseurbranche. Oder hier im Adventskalender. Auch sehr cool. Also, ich habe weder grauses Haar, noch habe ich kräftiges Haar, weil dafür ist es gemacht. Ich habe feines und glattes Haar. Das heißt, das hier kommt jetzt in die Verlosung mit rein, weil für mich nicht geeignet. Die Nummer 14. Annemarie Börlind Natural Beauty LL Regeneration System Vitality. Belebendes Blütentau-Gel. Aha, 15ml sind enthalten. Ein Blütentau-Gel. Ist wahrscheinlich wie ein Serum auch ein bisschen, ne? Bei regenerationsbedürftiger Haut, ja. Auch mit 30 hat man das tatsächlich schon. Für Gesicht, Hals und Dekolleté. Und soll straffen und vitalisieren. Mit Echinacea. Gucken wir mal. Oh, schick. Ja, das ist Glas. Puh. Das ist echt schick. Das gefällt mir. 15ml, ganz nichts zu sagen. Vegan ist das. Annemarie Börlind ist eine angesehene Marke. Also, doch, da habe ich Bock drauf. Cooles Gesichtsserum. Was hat denn wohl die Nummer 15 zu bieten? Also, schön finde ich, dass du halt echt Abwechslungsreichtum hier drin hast. Denn hier haben wir wieder das Shampoo drin. Wieder ist gut jetzt, ne? Aber wir haben das passende Shampoo für die Spülung, die wir eben schon drin hatten, oder? Genau. Ja. Und zwar von Basler Premium. Das Hydro Moisture Shampoo. Auch wieder mit 30ml enthalten. Und das ist dann halt das passende Shampoo zu der Spülung. Das finde ich cool. Ich mag das, wenn das so ausgeglichen ist. Auch das ist wieder verschlossen. Da rieße nichts durch. Aber da bin ich echt gespannt drauf. Cool. Die Nummer 16. Mir macht es echt Freude, die verschiedenen Sachen auszupacken. von Sanssouci. Mega geil. Sensitive Kräuterbeisam Tagespflege. So, so geil, Leute. Ich habe das tatsächlich in einem anderen Adventskalender in klein. Und jetzt habe ich es hier nochmal als 15ml Größe. Der Wahnsinn in Tüten finde ich großartig. Ja. Marine Cellular Skincare. Bitte. Wie geil ist das denn? Es ist natürlich noch zu. Rieße nichts durch. Aber finde ich, also ich finde das in solchen Tiegeln so schön. Finde ich großartig. Oh, geil. 15, 15ml sollen da nur drin sein? Das sieht doch deutlich größer aus als nur 15ml, oder? Aber du, für 15ml eine sehr hochwertige, große Verpackung, oder? Schick, schick. Ich bin ja auch so ein Verpackungsopfer, ne? Ich mag das ja auch immer, wenn mein Badezimmerschrank auch schön aussieht. Wenn ich den aufmache und dann ist alles so hübsch da drin. Da sieht sowas auch toll aus. Die Nummer 17. Es macht mir Freude, diesen Kalender zu öffnen. Wirklich. Das sind zum einen Marken, die ich wohl kenne, aber zum anderen halt auch Marken, die mir überhaupt gar nichts sagen. Aber wo ich Bock drauf habe, die zu testen. Und das hier ist großartig, dass das mit drin ist. Yay. Invisibobbles. Das sind sechs Stück. Also zweimal drei. Das sind einmal die ganz normalen Durchsichtigen und einmal in Rosé Blush Hour steht hinten drauf. Witzig, dass das hier nochmal eingepackt ist. Das kann man natürlich öffnen. Großartig. Ich freue mich immer über Invisibobbles im Adventskalender. Es ist freaky, aber es ist so, weil die bei mir einfach in reger Verwendung sind und einfach meine liebsten Haargummis sind. Also von daher läuft die Nummer 18 von Ahava. Datsy Water Mineral Hand Cream. Water. Aha. Also ich habe tatsächlich jetzt gerade eine leer gemacht. Auch von Ahava. Auch eine Datsy Mineral Water Hand Cream. Und das hier sind jetzt 40ml. Habe ich irgendwie... Also meine war blau. Das war eine andere Farbe. Aber die war toll, ne? Das war echt toll. Äh, ja. Eine luxuriöse, reichhaltige Hand Cream. Trenchens Your Skin in Velvet Smoothness. Die halt deine Haut in ebenmäßige Weichheit bringt oder so in der Art. Ja. Mega. Riechen wir mal. Die ist auf jeden Fall stärker parfümiert als die, die ich sonst hatte. Also die, die ich jetzt quasi gestern im Aufgebraucht-Video abgefilmt hatte. Und die riecht klasse. Ich glaube, die Videos seht ihr sogar an einem Tag. Auch eine Hand Creme darf nicht fehlen, wenn du wirklich von oben bis unten gepflegt wirst, ne? Cool. Direkt darunter ist die Nummer 19. Und die ist wieder sieh schwer. So schwer. Von Biolin Lün Beauty Booster Skin Gel Anti-Aging. Sofort die Gefaltenreduzierung bis zu 18% nach nur 15 Minuten vegan und silikonfrei. Ach was. 13ml sind hier enthalten. Und ich würde mal sagen, aufgrund von dem Gewicht, was das Ding hat, haben wir hier auch einen Glastiegel oder so drin. Oh. Wow. Wow. Das sieht schick aus, oder? Wow. Das finde ich klasse. Sagt mir auch nichts. Überhaupt nichts. Die Nummer 20 fühlt sich an, als wäre sie leer. Aber sie ist riesengroß. Und wir sind schon im 20er-Bereich. Das heißt, es geht jetzt schon dem Ende zu. Das finde ich schade. Hä? Hier ist nur eine Karte drin. Nee. Ach, 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 wie süß. Ach, wie süß. Von Socosi. Endlich vereint. Forever together. Unser gemeinsames Abenteuer beginnt jetzt. Ich freue mich, dich in deinem Alltag begleiten zu dürfen. Ob bei herausfordernden Aufgaben im Job, zu ausgelassenen Partys mit Freunden oder an entspannten Sonntagen im Bett. Ich werde zu jeder Zeit mit dir lachen, weinen, jubeln und im Gedanken mir versinken. Eines ist mir dabei besonders wichtig. Ich möchte dich stets an die Freundschaft und Verbundenheit zu der Person erinnern, die mich dir geschenkt hat. Dieses Armband möchte ich einer ganz besonderen Person in den Adventskalender legen. Also sei mir nicht böse, dass ich dir das nicht in die Verlosungsbox packe. Das bekommt eine ganz besondere Person von mir. Schön. Der Gedanke dahinter gefällt mir von Socosi. Die Nummer 21 rollt hier drin rum. Der obligatorische, aber sowas von obligatorische, Nagellack von Marlow Wills ist das jetzt einer. Ach schön. Das ist eine schöne Farbe. Eine schöne Herbstfarbe kann ich mir echt gut vorstellen. Ja, definitiv. Der ist cool. Doch die Farbe gefällt mir ganz gut. Ich habe den jetzt hier auf meinen Ringfinger drauf gemacht. Der andere Nagellack, den ich drauf habe, ist übrigens von Essie. Da habe ich unten als Basecoat den Bellet Slippers und da drüber so einen glitzernden gemacht. Ja, aber so gefällt mir der von Marlow Wills auch echt toll. Tolle Herbstfarbe. Ein schönes, weiß ich nicht, dunkel Peach. Aber halt nicht so knalle Peach, sondern, ne, gefällt mir. Toll. Habe ich jetzt auf beide Ringfinger drauf gemacht, weil ich das drauf lassen möchte. 365. Hey, wir haben auch ein bisschen dekorative Kosmetik hier drin. Nagellack. Sehr gut. Die Nummer 22 haben wir hier. Von Dardo Scents. Derma Cosmetics bei regenerationsbedürftiger Haut. Ein Gesichtsgel. Wieder 15ml enthalten. Okay, du hast hier recht viele von diesen Gesichtsgels, Anti-Aging-Gels, Regenerationsgels und sowas alles mit drin. Das muss man halt dann auch wirklich bedenken. Und auch das wieder, Glastiegel, wundervoll. Die Marke kenne ich, glaube ich, aus der entweder Vegan Beauty Basket oder aus der Juveniles Box. Ich glaube, da war das auch schon mal mit drin. Ja, cool. Schönes Produkt. Schlüsselwirkstoff ist natürliches Ectoin. Okay. Anschließend Tages- bzw. Nachcreme verwenden. Ja, also das ist tatsächlich ein Gesichtsserum dann, ne? Also erst normal Gesicht waschen. Dann den Toner drauf machen, um den pH-Wert des Gesichts zu neutralisieren. Dann mache ich mir meistens eine Augencreme drauf und dann ein Serum. Und dann eine Tages- oder Nachtpflege drauf. Sehr schön. Oh, wir haben jetzt schon die vorletzte Box. Die Nummer 23. Basler Premium. Ach, guck mal. Ein Detox-Deep-Cleancer-Shampoo mit Hamamelis und Algenextrakt. Das ist super. Ohne Silikone und 100% vegan. Das sind 30ml. Und sowas verwende ich immer ganz gerne, wenn ich irritierte Kopfhaut habe. Deswegen kommt mir das sehr, sehr gelegen. Vor allem mit Algenextrakt. Das ist auch immer schön. Mit frischem Juso- und Citrus-Duft ist natürlich doof. Das mag ich vom Duft her gar nicht. Schade. Also, ich rieche mal. Ist ja auch zu. Genau wie eben auch. Also, man riecht halt nichts durch. Das kommt auf jeden Fall in die Verlosung, weil ich einfach keine zitrischen Düfte mag. Und dann hast du zwei Shampoos drin, ne? Ich hoffe, du kommst damit klar. Was ist wohl in der 24 drin? Die ist ganz schön groß, ne? Oh, 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 oh. Vorsichtig. Vorsichtig. Wir haben hier was Gläsernes drin. Und zwar sind hier drei Barbour-Ampullen enthalten. Wie schön ist das bitte? Da ist einfach in der 24 hier Barbour-Ampullen drin. Pollution Protect. Stress Control. Und nochmal Stress Control. Okay. Ja, läuft. Mega. Finde ich großartig. Ich bin zur Zeit voll auf dem Ampullentrip. Also tatsächlich abends bin ich sehr, sehr, sehr häufig am Pullen. Weil ich einfach merke, dass sie meine Haut extrem gut tun. Da kommt mir das sehr gelegen. Echt geil. Cool. Richtig, richtig cool. Ich befürchte, ich habe nichts vergessen. Das war es leider schon. Ja. Hat mir aber sehr gut gefallen. Wertmäßig. Ja, wir sind auf jeden Fall über den 50 Euro. Ich blende das hier mal ein. Keine Ahnung, ob wir da bei 100 Euro liegen oder vielleicht sogar drüber. Keine Ahnung. Es ist nur eine Vermutung. Aber mir hat es gefallen. Es ist natürlich hauptsächlich Pflege. Du hast hier nicht wirklich dekorative Kosmetik drin. Ich fand ihn cool. Mir hat er sehr gut gefallen. Ich werde das Packaging auf jeden Fall noch weiterverwenden. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Denk an die Verlosung. Alles dafür Relevante steht unten in der Infobox drin. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Adventskalender von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.